so leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von dennis zeigt euch batterien heute gibt es die titanium salut die titanium salut scream einer fetten ja whistling batterie mit salut zerlegern ich glaube aber tatsächlich ohne die salut meines erachtens nach naja ja gekauft wurde die bei röder von tropic ist das gute stück und das verfügt über 425 gramm schwarzpulver und ja dann werden wir mal gucken wie die live so rein rammelt let's go so leute der länder wieder total unvorbereitet überfordert mit seiner technik schönes mikrofon hast du ja wir machen jetzt die titan titanium noch salutes cream am tag ich hoffe ihr hast mich dafür nicht aber für mich ist das einfach ein reiner tagesartikel ich baue jetzt kurz ein und dann machen wir die vom erstschlag eingequetscht titanium jetzt alter jungen und diese scheiße sein also also hallo junge das war also die die war richtig gut alter schwede kauft euch die